Ich hab'n Ei. Stirbhuhn. LOL. Yo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Aufnahme auf dem neuen Crystal-Kanal. Wenn ihr das letzte Video geguckt habt, wisst ihr was passiert ist. Nochmal als kleine Zusammenfassung, es gab Komplikationen und ähm... Ja, jetzt musste ich halt einen neuen Kanal machen und so weiter. Aber ich hoffe es klappt und es wird toll werden. Ja, ich werde euch bereichern mit Videos, ich werde euch überführen mit Videos. Jo. Okay, dann, ähm, mach ich hier mal gleich die erste Endergames-Runde. Und, ah ja, genau. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Gommi hat hier eine neue Lobby. Wenn ihr das letzte Video von Gommi gesehen habt, das Trollolol-Video, dann wisst ihr da hinten, warte, wo ist der Atompilz? Äh, äh, hier ist der Atompilz. Wir laufen jetzt zum Atompilz, weil wir verstrahlt werden wollen. Da ist der Atompilz. Und, soweit ich weiß, ist das hier eben Trouble in Minecraft. Und es konnten da vorne die Sprems spielen und jetzt können es alle spielen. Cool, oder? Ja, ich weiß, dass es cool ist. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Endergames-Runde. So, Leute, da sind wir wieder, ähm, bei der, auch neuen Endergames-Lobby mit einem kleinen Jump'n'Run. Hm, was ich jetzt gleich mal ausprobieren werde. Nicht so als kleiner Jump'n'Run-Loop. Erstmal muss ich den Weg finden. Ah, da ist der Weg. Aber ich finde, das hat sich ziemlich gut verändert. Das ist doch, das ist doch, das ist doch... Lol, das ist der Jump'n'Run von Trouble in Minecraft. Okay, cool. Oder? Nee, das ist ein bisschen... Keine Ahnung. Egal. Bisschen hier drin. Okay. Nur zwei Prämens, das heißt, ich bin ein Außenseiter. Nee, 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 das geht ja nicht. So. Wir spielen zurzeit, glaube ich, noch auf der Map Forest, weil ich hab noch... Achso, es geht schon los. Okay. Map. Map. Welche Map? Okay, ich lass mich mal überraschen. Aber ich bin das Kid Känguru, da ich schon wusste, wie man hier sieht, dass hier wenig Wasser sein wird. Ich bin natürlich hier. Ich hab AstroTV gefragt und... Naja. Es ist früher morgen. So. Oh, ein bisschen zu laut. So. Sodale, 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 dann lade ich mal hier die Kiste. Leck mich fett. So. Ich hab zwei Leder bekommen, das heißt, ich bin toll. Die Kiste will ich haben. Tja, die hab ich gelootet, du fettes Stück Berserker. Jetzt muss ich jetzt mal hier wegrennen. Sprech immer so undeutlich, also ich mein so wie Nuschel so, ne? Kein Problem. Kein Problem. Sexy. So, Chest. Zeig mir deine Macht und gib mir zwei Eisen. Oder zwei Dears. Achso, ich bin der Kengo. Ich bin so dumm, ey. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn es euch auch oft passiert, dass ihr einfach vergesst, welches Kid ihr seid. Nein! Dieser Mango. Pädo. Pädo, Pädo, Pädo. Glaubt mir, einfach Kisten. Ja, meins. Wow. Ich bin mal wieder begeistert. Von diesem tollen Kistenblut. Aber naja. Schicksal. Okay, kein Schicksal. Glück. Oder das Gegenteil von Glück. Pech. Hm, egal. Egal. Jetzt hole ich mir da hinten nochmal die Kiste. Au. Toll. Map Ende. Der kommt nicht. Ich bin hier voll aus der Übung, müsst ihr wissen. Das heißt, wenn ich jetzt gleich verreck, dann verrecke ich. Hättet ihr nicht gedacht, ne? Hättet ihr nicht gedacht. So. Das habe ich schon mal. Deshalb ist er Lelava, aber ich habe leider keine. Wenn wir hier ist einer. Doch nicht. Okay, gut. Töte die Kuh. Die Kuh macht Muu. Ich habe gestern von irgendeinem YouTuber ein Video gesehen und der hat die ganze Zeit gesagt, ich bin eine Kuh. Muu. Wie macht die Kuh? Muu. Da denke ich mir schon, total Ausfall im Hören. So, du schießt schon einen auf mich. Ich gebe dir. Oh mein Gott. Regen, bitte reg, bitte reg, bitte reg, bitte reg. Regen, schneller, Regen, schneller. Bitte. Ich will nicht sterben. Und ich will doch noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen mit dir tanzen. So. Hoch. Vördele. Uh, 52 Blöcke, reicht. Der kommt von da hinten. Das Problem ist, ich habe nicht mal die Hälfte der Herzen. Da ist er. Oh, der hat ein Bow. Oh, das ist natürlich schlecht für mich. Haha. Opfer. Opfer. Leck. Was waren das? Das war ja hier Boba Leck, ey. Ich konnte hier sozusagen, von wo schießt der? Unsichtbarer Typ. Ja, Auszeit. So, jetzt habe ich hier Russi, danke, an den anonymen Spender. Ein Spender der Ränder. So. Jetzt glaube ich hier eigentlich schon wieder. Meine Fresse. Igu singt. Igu singt. Ich bin so dumm. 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 Dummer. Ich. Ich habe hier Totalhyrnausfall, ey. Unglaublich. Unglaublich. Ja, Schweine. Hier, mit dem Baum treiben kannst du es nicht. Da kommt leider kein Zeppling raus, wenn du es mit dem Baum treibst. Uh. So. Ich bin wieder voll gereckt. Oh, ein Pilz. Halleluja. Ich gebe euch einen Tipp, Leute, für Endergames. Wenn ihr geportet wärt, lauft erstmal geradeaus oder in die Richtung, wo ihr denkt, wo ihr sicher seid, weil es immer sein kann, dass direkt hinter euch einer ist, weil da der Freund bettelt. LOL. Was ging mit dem Huhn? Habt ihr... Das ist gerade so gelaufen. Ein schräger... Ein schräges Huhn. Kürbis. Ja, ich habe einen BOW, Leute. Ich habe einen BOW. Ich habe einen BOW. Ich habe einen BOW. Das ist toll. LOL. Und ich habe einen Stack. Pfeile. Auch gut. Nein. Mein Fleisch. Seht ihr? Da ist einer. Boah. Leute. Herzkoller. Herzkoller. Oh. Okay. Ich habe einen BOW, Leute. Schieß. Schieß. Einfach weglaufen. Einfach weglaufen. Keine Sorge. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Nein. Boah. Ich glaube, der hinten ist der Typ, oder? Jetzt kommt der schon wieder. Oder? Er ist es der? Noch drei Spieler. Oh. Ja. Und ich habe eine Kack-Russi. Toll. Ich habe eine Schniedel-Russi. Was soll ich denn da mit anfangen? Eine Schniedel-Russi. Eine Schniedel-Russi. So. Und Leute, falls es euch aufregt, dass ich die ganze Zeit Endergames zocke, was vielleicht sein kann, das liegt daran, ich habe zum Beispiel jetzt mit vielen Freunden eine Aufnahme gemacht Survival Games und, ähm, weil wie lange hat das gedauert? 200 Minuten ist hochzuladen, zur Zeit spackt irgendwie das Internet. Bei mir so dermaßen rum, dass es krank ist und mein Internet Explorer sich die ganze Zeit zumacht. Chrome lässt sich nicht mehr öffnen, also, fuck off. Aber wenn es wieder geht, dann lade ich euch natürlich alles hoch. Und vielleicht, wenn wir jetzt mal wieder Mineplex anfangen, weil Silib jetzt wieder am Stizzl ist, dann, ähm, nach Mineplex kommt vielleicht etwas Neues, etwas auch Lustiges bestimmt. Es fängt mit S an und hört... Es fängt mit S an. Könnt ihr mal raten. Oh nein, oh Gott, der Typ hat einen Diarosie, oh Mann. Leck mich doch am Zögerli. Renn. Renn schneller. Toll. Wenn ich will die Kiste aufmachen, werde ich geboortet, ist ja klar. Ich hab acht Eisen. Acht Eisen ist gutes Eisen. Work Bench. Aufstellen. Craften. Befriedigen. Ich bin voll schlecht zur Zeit im Craften. Das dauert bei mir so ewig. Okay. Toll, jetzt wird's auch noch dunkel. Das heißt, ihr seht gar nichts mehr. Oder doch, ihr seht noch was. Wenn ihr die Augen aufmacht. Badum. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Immer diese unsichtbaren Sniper. So, auf einer grünen Fläche werde ich ihn ja wohl sehen. So, wo bist du? Komm her. Komm her. Da ist er. Hallo. Du denkst, du triffst mich? Aua. Och, danke. Och, danke. Ich mag es, wenn du mir Pfeile schenkst. Weißt was? Ich hab'n stärker Eins-Bau. Und der macht dir, glaube ich, auch ein bisschen Damage. Und ich hab' kein Aim. Das macht dir noch mehr Damage. Nein, ich folg dir da jetzt nicht hin. Erstens, ich hab'ne schlechtere Rüssi. Zweitens, ich hab' Selbstgespräche. Drittens, ich brauch'ne Rüssi. Ich brauch' einfach nur eine scheiß Rüssi. Und da ist etwas. Ja, fünf Eisen. Danke, danke. Jetzt brauch' ich wieder Holz. Ernsthaft? Danke für die Workbench. Hast du, hast du bestimmt gern gemacht. Es fehlt mir nur noch eine Hose und dann hab' ich keine Angst mehr vor dir. So, Wasser brauch' ich nicht. Ich brauch' eher Lava. War hier nicht irgendwo Lava? Energist. 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 So. Oh, ich hab' wieder ein Level. Schärfe. Gut. Toll, toll. Wo zeigt er hin? Hier nicht. Hier ist er. Da ist er, unser Freund. Unser Freund, der Kaktus. Ich frag' mich, was der für'n Kid ist. Was? Was? Leck' mich doch am Arsch. Leck' mich doch am Arsch. Meine Fresse. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Scheiß Fail. Yo, Leute, und da sind wir wieder nach dem Fail. Ja, und ich hoffe, er wird nicht mehr passieren, weil ich hasse sowas. Ich hasse es. Ist ja Flash-Tune drin? Nein. Kurz den Typen am Montag, der geschrieben hat, dass Flash-Tune in der Lobby ist, was mich allen feuchten Forts interessiert. Und ich hab' zwei Eisen und bin happy. Ich hab' zwei Eisen und bin happy. Und es ist gut, dass ich das Kid ausgewählt habe. Warum schießt er mich ab? Dummes Kind. Lol, Leute, das wär' doch mal geil. So ein Kid, wo man mit nem Bow gegen was schießt. Und dann, ähm, das Zeug da rausbekommt. So rausziehen kann, sozusagen. Also, ich find's cool. Schreib mal in die Kommentare, ob ich sowas vorschlagen soll. So ein Sauger-Kit, keine Ahnung. Ein Sauger-Line. Der Items zu sich ranziehen kann. Oder so ne Angler-Erweiterung. Dass er vielleicht auch Kisten an sich ranziehen kann. Oder irgend sowas. In die Richtung. Hier ist Wasser, das ist schön. Ey. I-A. Ja, schön, I-A. Scheiße, I-A. Da war wieder die heilige Kuh. Heilige Kuh. Die Kuh kann aber gut schwimmen. Muss man ehrlich sagen. Tralala. Oh, Schutzzeit ist zu Ende. Schutzzeit. Shadowcrafter. Okay. Ich hab hier ne Kiste gehört. Und da ist sie. Oh, Shit. Heilige Klöten. Heilige Klöten. Heilige Klöten. Nein. Hau ab. Du Reudiger. Du Reudiger. So, ich geh jetzt hier hoch. Geh in die Ecke und schäm mich. So. Genug geschämt. Jetzt geh ich weiter. Schämen, schämen, schämen. Macht Spaß. Ich hab wieder ne Kiste gehört. Ich höre so vieles im Leben. Sorry für meinen Reusmann, aber ich bin leicht erkältet. Noch. Von damals. Damals in alten Zeiten, wo wir noch alle jung waren. Ey, du. Du weißt, dass es dir nix bringt, wenn du jetzt hier hochkommst. Ich hab etwas, was du nicht hast. Das nennt man ein. Jump. Lol. Noll. Stirb. Nice. Nice Ding. Jetzt kann ich hier erstmal ein bisschen ausrüsten. Das ist gut. Das ist auch gut. Crap, crap, crap. Crap, crap, crap. Crap, crap, crap. So viel crap. So. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen meine Wassertrickschen hier auspacken. Ich hab eine Kiste. Oh mein Gott. Okay. Geht ja noch hier. Wo ist er denn, unser Freund? Nein! Weißt du, was fies ist? Das ist fies. Und du bist fies. Ja. Hallo. Haha. Haha. Trollololol. So. Genug geht Trollolol. Jetzt muss ich ja erstmal ein bisschen Stuff wieder sammeln. Sonst hab ich nämlich wieder nur eine Crap-Ausrüstung. Kann ich ein Dierschwert machen? Ja, ich kann ein Dierschwert machen. Das ist natürlich ein gravierender Vorteil. Uh. Mein Designer hat zurückgeschrieben. Der Designer ist übrigens in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne mal beim Ei reingucken und eine Bewertung da lassen. Hm. Achso. Ich kann noch was craften. So, jetzt bin ich OP. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Ist hier... Uh. Eisenschuhe. Loll. Jetzt sieht toll aus. Woher hatte der eine... Ist das nicht so ein neues Ding oder so? Hm. Loll. Ich hab wieder ne Chess gehört. Ich hör lauters Chess. Fuh. Achso, ich hab noch Fisch. Fisch. Überleben, überleben. Oh. Boah. So. Nein. Puh. Dass der Typ es nicht gemerkt hat, find ich gut. Und jetzt mach ich, dass der Typ es nie wieder merken wird. Sag, wie los ist das? Der Esel. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Oh, man kann wieder anzünden. Oh. Okay. Gut, dass mir das hier auch mal jemand sagt oder beibringt oder sowas. Ich brauch nen Bow. Ich brauch nen Bow. Ich brauch ganz dringend einen Bow. Okay. Ja, kommen noch irgendwelche OP-Typen. Was. Ist. Das. Ja, ob er weiße Höhlen, du. Ja, wo ist dein Elm? Oh, da ist dein Elm. Nein. Nein. Scheiße. Okay, Leute. Ich bin wieder Dritter geworden. Also irgendwie hab ich's heute mit dem Dritter werden. Aber. Warte. Ich wäre doch kein Crystal, wenn's. Wenn's nicht drei Runden gäbe, oder? Also wir sehen uns gleich. Bis nachher. Oder bis gleich. Oder bis jetzt. Yo, Leute. Und da sind wir wieder. Es geht weiter. So. Genug. Punkt, Punkt, Punkt. Muss ich mitmachen. Schon viel Wasser und ich nehm... Ich bin high. Ich find's cool als high, wenn du zum Beispiel ne Eisenrüssi anhast, dann kann der gar niemand irgendetwas, weil du... Geil wie viel Damage du nimmst, du wirst immer geheilt. So, ich hab ziemlich viel Stuff und ich hab ne Milch. Juhu. Baum. Cool, da ist ein Baum. Ich mag Bäume. Yeah. So. Wo ist die Chest? Da vorne ist die Chest. Schneller, schneller, schneller. Toll. Crap. Vergiftung. Nein, Vergiftung. Vergiftung passt. Vergiftung ist gut. Auch wenn's ein bisschen nubig ist, Vergiftung. Aber sonst passt's ja. Ich hab wieder ne Chest gehört und ich hab sie gesehen. Und da vorne ist sie. Meins. Da hinten ist nochmal ne Chest. Zwei Dias. Und ich hab gecraftet. Nein! Schutzzeit ist schon zu Ende. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Kann ich zwar nicht anzünden, aber es sieht toll aus. Ich geh' ein bisschen auf Tauchstation. Oh. Das wird ne gute Runde, Leute. Das wird ne gute Runde. Und ne schöne Runde. Ich hab' nämlich jetzt schon ziemlich guten Stuff, finde ich. Boah. Herzinfarkt. Und danke für das. Achso, ich hatte das Tierschwert. Hab' ich nen Bow? Nein, ich hab' keinen Bow. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ich hab' eine eigene Insel für mich. Yeah. Der hab' ich hier steigert. Der hab' ich für fünf Grasblöcke an den Villager Bernd. Oh, immer nur solche Verzauberungsdinger. Immer nur selten Krepp. Und da kommt schon der Erste, der sich mit mir anlegen will im Wasser. Oder auch nicht. Ja, komm. Komm doch her. Aber ich hab' einen Vergiftungstrang. Na, wenigstens hab' ich ihn vergiftet. Wo ist er? Da ist er. Ich glaub' er sieht mich durch Kompass. Oh, und da ist Niklas. Und er laggt. Und er laggt. Und er laggt. Er regrettet. Und er laggt schon wieder. Und er laggt. Und er laggt. Der Chip geht mir allmählich auf den Senkel. So, der Typ will Stress. Kann er haben? Gerne. Sorry, dass ich gerade so leise war, aber ich war in Gedanken. Bei diesem Stalker. Der jetzt leider weggegangen ist. So. Gegeben habe ich den. Gegeben habe ich den. Aber der Typ war echt hartnäckig. Das muss man ihm lassen. Das ist der Känguru. Warum lassen die sich in Ruhe? Hallo. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ah! Er hat mich gesehen. Au. Oh, da baut jemand eine Falle. So, ich habe ihn jetzt erstmal mit Noob beschimpft. Weil da jemand Fallen baut. Und Fallen bauen ist wie jeder weiße Nubik. Habe ich ja nie gemacht, wenn man meine letzten Videos geguckt hat auf meinem alten Kanal. Niemals. Niemals. Never ever. Hui. Kann ich irgendwas aus? Ne. Schade. Bumm. Bumm, bum, bum. Diese Switcher sind eigentlich so praktisch. Richtig praktisch. Niemand wird diesen Stuff bekommen. Niemand. 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 Saugeilfeuerzeug funktioniert wieder. Das ist Hammer. Hammer, geil. Glaub ich noch den Typen? Oder das? Normalerweise würde ich jetzt sterben, wenn es nach den Regeln heutzutage geht. Ich habe das Gefühl, die sind im Team und haben eine Falle gebaut für mich. Ich habe das stumpfe Gefühl. Oder auch nicht. Maurice Ewe. So, Maurice. Du und ich. Wir werden nie Freunde werden. Ich habe ein Ei. Stürb, Huhn. Lol. Pädophase. Okay. Es war also ein Weitsprung, Huhn. Lol. So. An den Soundeffekten von meinem Mund muss man noch ein bisschen arbeiten, habe ich das Gefühl. Leider kann ich nicht. Uh. Da ist er ja. Unser Freund. Ich habe das Gefühl, das spannt mir ein bisschen zu schnell an. Ich schreibe mir mal, dass er in der YouTube-Aufnahme ist. Vielleicht gibt er auf. Ich habe das Gefühl, das kann er nicht zu schnell an. Lol. Okay. Niemals! Ossi! Ossi! Der hat gecampt! Hm, wie lang ist es denn noch bis zum deathmatch? Okay So, hier kommt Eddie Okay, GG GG Also Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge Ihr könnt ja, wie schon gesagt, mal bei meinem Designer vorbeischauen Er macht echt coole Intros, Banners und so weiter Also Leute, ciao